ok ich habe final schlag nach einem blog konter zum unglück zuletzen 10 an gefordert zu setzen ok keine ahnung noch schätze 6 ok da wird nicht so eine große welt verdammt da wir meister sehr nord der mächtigste aller schlüssel schwert meister alles klar und wir haben alle koop kommandeister da ist es gibt keine schwörungen mehr außer die die ich jetzt habe noch gleiter hätte ich gerne kann man ja wo eventuell in der luft es ist ja nicht so schnell da gibt es ja im leben brauche ich gar nicht mehr nach und ich habe schon aber trugen gibt es ja noch die 600 bedeutet die welt wird nicht sehr groß das ist nicht sehr groß sein schade ok das ist sehr komisch tun noch einmal kurz nach links tippen und der fliegt schon so ein bisschen ungewohnt alles klar ja weiter und gehe ich hier hoch ja ich will eigentlich nicht keine überschreiben aber ok donald wo gehen wir direkt schon jetzt zu den kämpfen ich fand schon immer das war eine richtig coole welt her schlüssel schwert friedhof ich meine der name von dieser welt schon absoluter hammer ja wo sind die anderen jetzt alle hingegangen kommen und warten sie ok man kommt jetzt noch ein kampf ist everybody ok come on let's go wo steht euch alle meiner partie an und ob wir gut ok mal wenn wir da haben das nebenleben der echte ja we found you Tara Tara please say you're in there what gives aqua i know that you're not him huh now let our friend go oh ja terranaut he is there 13 today is the day you all lose what what before you even face the 13 every last one of you will be torn heart from body but fear not the keyblade will still be forged we're not gonna lose to you ok also wenn es schon k.o. nein nein that's it what the coworkers you a as 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 s as 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 aber gut gemacht guffi das ist auch ein mcdonald oh ho ho sehr gut, donald drei von uns hat es schon erwischt lasst mich raten etwas kein kratzer schau es zusammen, sora wir haben sie nicht verloren sie haben immer ihre hearts aber wir müssen sie schützen genau wir stehen zusammen miki kairi guffi watch the others no wir sollten alle in der safety während wir trotzdem können es zu late für das und noch mal gegen tausend stück von denen, oder? da sind eine menge herzlose das ist ein herzlosen tornado super jeder einzelne wird hier einfach so vernichtet sie sind weg sie sind weg kairi donald guffi der king weg 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 was machen wir? ohne sie ich all meine strength kam von ihnen sie gaben mir alles allein ich nicht ich wir wir haben es vorbei im saura du wirst du das wirst du wirst du wirst du wirst du es wirst du du wirst du Das war's für heute. Und so war das Licht, wo es im Buch der Prophezeiung steht? Das war's für heute. Okay. Game over. Wir haben verloren. Wir haben noch nicht mal gegen die Organisationsmitglieder. Wir sind noch nicht mal... Wir haben die noch nicht mal erreicht. Das war's für heute. Ja. Das ist nicht fair. Ich weiß, ich hatte dich. Ja, du hast es ja. Aber ein Spiel ist kein Spaß, wenn du weißt, wo es geht. Ich weiß, wie es geht. Es gibt mehr Licht als der Augen. Ich hab dich gesagt. Hm. Some light comes from the past. Ich bin ganz offen für was auch immer jetzt hier passiert. Das war's für heute.